So, sind wir wieder unterwegs. Zweiter Tag. Gleich mache ich die Eisdiele und ein paar Snacks besorgen für Let's Eat oder wie man es auch immer nennen. Wir wollen es ja nicht nachmachen. Let's Futter. Let's Futter. 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 Und ja, bis gleich. So, und wieder mal im Parkhaus. Es ist halt so schön. Hallo. Wo ist das? Und ja, diesmal mal ganz unten. Findet mal leichter. Und ja, bis gleich. Willst du dir da reine Wetten? Das ist wie die Bullen da. Alter. Bis zum nächsten Mal. 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 Dann wollen wir mal gucken, wie das so wird. Oh Mann ey. Dann wollen wir mal gucken, wie es so schmeckt. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir raus aus dem Restaurant. War ziemlich gut. Kann ich nur weiter empfehlen. Vielleicht sieht man da oben ja den Namen. Das heißt The Great Wall. Nee, einfach nur Great Wall. Nee, einfach nur Great Wall. Okay. Wird man denke ich mal auch finden. Also ja, war ziemlich gut. Kann ich nur weiter empfehlen. Oder was meint ihr so dazu? Top. Top. Also, eines der besten restaurants, das war. Also, eines der besten Acer-Restaurants, in dem ich je war. Ja, war schon nicht schlecht. Also gut, kann man nur empfehlen. Jetzt gehen wir nochmal schnell zum Dom und machen ein paar Nachtaufnahmen und dann geht's wieder heimwärts. Daher. Bis zum nächsten Mal. 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 Und hier haben wir meine Hohen Misty, wollen wir grad so ein paar Drugs verkaufen. Jo Digger Maske. So, jetzt noch mal ganz kurz am Reinsitzen, bisschen ausklingen lassen mit dem Zweiter. Hey. Servo. Und ja, rot und fährt ein Auto. Tschüss. Tschüss. Und ja, ich weiß nicht, ob heute noch was kommt. Das Video wird ein bisschen länger, ich schätze mal so 15 Minuten oder so. Kommt hin, knapp. Ich versuche ein bisschen zu rendern, dauert ein bisschen länger. Ich schätze mal bis drei sitzen wir dran. Wird eine lange Nacht. Und ja, machen sehr gerne, also so ist das ja nicht. Aber es gibt mir die Kohle. Ja, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und dann bis morgen. Tschüss. Und dann bis jetzt. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.